Hm, was machen wir noch? Möbel, was gibt es noch? Welter Käfig für Louvester? Bestimmt hier so liegen, das wäre noch geil. Ne, es gibt bestimmt bessere hier. Boah, die gefallen nicht. Doppler Liegestuhl Alu, schwarz, Rahmen, schwarz und dann hier Kirschbaum. Da kommt dann auch schwarzes Holz. Dann machen wir hier so, aber ein bisschen so. Und hier auch noch mal so. Dann gibt es bestimmt noch irgendwie so einen Sonnenschirm oder so was, Regenschirme. Ja, komm. Perfekt. Nice. So. Hm. Ja, hier glaube ich, brauchen wir auch nichts mehr. Pflanzen. Blühpflanzen Rabatte. Komm, wir nehmen die. Oh, wir nehmen die. Oh, wir nehmen Rot. Oh, wir nehmen Rot. Sieht doch gut aus, oder? Laubpflanzen, Nadelpflanzen, Nutzpflanzen, Buschtomaten, Zucchini, Erdbeeren, so kleine Erdbeersträucher. Jo, dann machen wir hier so Nutzpflanzen. Hier, Erdbeeren, 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 Erdbeeren. So, was gibt's hier noch? Niederbusch, Gartenkürbis, Henbeeren, Garnisbeeren, Gurken, Kirschtomatenbusch, Silkspletschen, Karotte, amerikanische Heidelbeeren, Champion? Was ist das? Oh, gibt's hier Apfelbaum? Ah, Apfel. Apfelbaum, ja. Ich will einen Apfelbaum haben. Ich will den aber dann, sagen wir mal den Pflanzenwammer hier an. So. Perfekt. Dann haben wir jetzt hier einen Apfelbaum. Oh, das ist nice. Das ist richtig nice. Boah. So lässt sich lebendig. Den können wir auch wieder da hinten hin packen. Pienta. Hm, kleiner Birnbaum, kleiner Birnbaum, großer Pflaumenbaum, äh, Champion. Tropisch. Kleine Palmen. Palmen. Komm, wir pflanzen hier ne, hallo? Wir pflanzen hier ne Palmen. Die kommt aber, ne. Wir pflanzen hier doch keine Palmen. Kaktus auch nicht. Dattelpalme. Ziergräser. Nee, auch nicht. So. Was gibt es hier unter sonstiges nochmal? Springklapp. Den packen wir da hinten zu den Erdbeeren. Hier. Ah, optimal. So. Ah, ich würde sagen, mit dem Garten sind wir für das Erste fertig. Das wird reichen. Da ist Dreck seine Hütte. Name ändern. Gieß er Wasser aus. Boah. Das ist aber geil jetzt. Fürs Erste reicht das. Aber. Können wir später mehr draus machen. Hier musste ich noch irgendwas machen. Also. Später. Auf jeden Fall. Hier müssen noch Pflanzen kommen. Hier die. Warte noch. Kann ich das hier irgendwie ändern? Vielleicht damit oder so? Nee. Kann ich das ändern? Schreibst du nicht Holzplatten? So Holzplatten. Und schwarz. Ne. Haben wir nur hier unten. Hm. Kiesel und Spreigut. Unterkies. Zwei Fall wieder Kies. Borke. Ein Fall wieder Kies. Oder komm, wir nehmen das hier. Oder Ziegel. Größere. Kleiner. Hier auch komm. Dann machen wir hier. So was. Hier ist dann so. Was ist mir jetzt zwar schweineviel Geld, aber ist mir jetzt auch egal. Ah geil. Direkt direkt jetzt bist du dafür nicht im Weg. Das ist gut. Hier drunter muss auch alles. Keine Ahnung wie auch alles treffelt. Keine Ahnung. So aber hier muss ich jetzt ganz vorsichtig sein. WRPG, wenn du schon jetzt 얘기st du. Nämlich. Nämlich. Ja. Boah. iiner. Walter Hier. und 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 da Aber dann wenigstens haben wir hier weniger zu mähen und so weiter. Ja, rex ist wirklich feiner. Ja, wir geben jetzt viel zu viel Geld für unseren Garten aus, aber ey, lohnt sich auf jeden Fall. Und naja, wir haben ja das Geld, also wenn wir diese Hütte irgendwann verkaufen und so weiter, ich glaube, wir kriegen da ordentlich an Geld wieder. Mal gucken, wie das Ding hier aussieht, also es sieht schon ordentlich aus. Komm, hier müssen wir noch. Also, ich meine, ist schon eine gute Investition hier. Wie der das anders sieht, ja, ist mir ja auch egal dann. So, müssen wir hier wieder vorsichtig sein. Ja, okay, hier vorne sieht das jetzt eigentlich gefühlt tot aus, aber ist mir egal. Dafür hinten der Garten Bombe. Okay. Okay. So. Und jetzt vorsichtig hier. Ja. Ja. Und jetzt vorsichtig hier. Nicht zu weit. Ja. So, dann können wir hier jetzt alles noch so machen. So, dann können wir den ganzen Rasen töten. Und dann können wir den ganzen Rasen töten. Hoppla, da war wieder so ein Freeze, weil der speichern musste. So. So. Geil. So. 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 Ah, hier muss ich auch auf jeden Fall bisschen mehr machen, weil ansonsten ist das nur noch tot hier. Okay, weiter geht's nicht. Dann haben wir es gleich hier auch noch. So, dann sind wir hier auch schon fertig. So, aber ich hätte irgendwie Bock zum Ende der Aufnahmesession noch einmal so eine der neuen Quest hier zu machen. Okay, komm, zum Ende der Aufnahme machen wir das hier. Dieses Haus ist über 100 Jahre alt und die hölzerne Verkleidung überall gibt einen einzigartigen Stil. Das wäre perfekt für Lilly und Trevor, eine Familie von Seeleuten. Die Familie hat sich gleich in das Haus verliebt. Es war nicht günstig, also ist das Budget für die Renovierung begrenzt. Es wird genau ausreichen, um es etwas aufzufrischen und ein paar Veränderungen vorzuleben. Viel Erfolg Greta und Oliver. Das sieht aber krass aus. So, mein Kaffee ist bedauerlicherweise leer, ich müsste dann gleich mir ein neues Kaffee holen. Ich komme damit ja überall heran. Das ist ja richtig nice. Ah, da oben ist zu ganz. Ah komm. Jo, hier kann ich drauf. Gut, geht das weg. Es wäre schön, wenn das Ding auch weggehen würde. Komm. Ja, okay. Muss ich mir gleich eine große Leiter oder sowas holen. So, oh, hier habe ich irgendwo was vergessen, übersehen oder so. Oder? Ne. Geil. Ich brauche mir keine Leiter zu holen. Hier ist schon eine. Perfekt. Ja. Okay. Das ist perfekt. Wenn hier schon eine ist, kann ich die hier ja nehmen, um hier wozu kommen. Ah, das hier muss ich auch noch sauber machen. Nein. Oh, nein. Oh, schon wieder. Warte, irgendwas ist hier noch schmutzig. Ja. Ja, die Decke. Ja. Hier ist auch. So, dann gehen wir jetzt mal wieder auf hier hoch. Bestimmt noch irgendwelche Kleinigkeiten oder sowas. Erstmal die ganze Wohnung fluchen. Kann ich nicht mehr zumachen, ne? So, dann fehlt nur noch hier hinten, ne? Ne, ich weiß auch. Hier draußen ist fertig. Hallo? Alles klar. Dann gehen wir wieder rein. So, reinige die Verschmutzung. Ja. Komm. Alles was wir finden. Machen wir eben schnell sauber. Oh, neuer Fertigkeitspunkt. Nice. Ja. Das machen wir. Hier fehlt irgendwo noch dort. Und hier irgendwo. Da Fenster. Hier. Hier geht es noch. Hier. Hier geht es noch. Türraum wahrscheinlich. Hier. Kamin. Hier das Ding noch. Der. Der Türraum. Der. Ist hier noch irgendwo was? Na der Raum ist fertig. Dann hier. Hier muss nur sauber gemacht werden. Alles klar. Dann hier. Oh. Oh. So. Hier fehlt noch was. Ah. Müll. Das Ding müssen wir eben reparieren. Montiert. Und fertig. Hier. Hier machen wir später die Entscheidung. Jetzt gehen wir hier ran. Hier. Oh. Das sieht aber schrecklich aus. Ah. Und hier Badezimmer noch. Gleich. Hier ist fertig. Hier muss ich nichts machen. Okay. Wir machen zu. Hier wird auch ein Bett verkaufen. Machen wir gleich. So. Dann hier oben. Wir fangen mit dem Raum an. Oh. Und fertig. Hier muss ich nichts mehr machen. Dann mache ich zu. Hier muss ich nur sauber machen. Und dann können wir hier auch gehen. Und hier muss auch nur sauber gemacht werden. Okay. Hier ist sauber. Warte. Sind die Fenster hier auch sauber? Hier ist sauber. Das ist sauber. Das ist sauber. Das ist sauber. Dunkles Mahavoni wollen wir hier haben. So. Ich bin an dem. Kommt das Mahavoni. Dann nehmen wir das mal. Ah. 50% haben wir schon. Geil. Bis hier hin. Dann bis hier hin. Dann bis hier hin. 500% haben wir hier hin. 96%. Wahrscheinlich wollen die das hier auch. Ja. So. Dann helle Sexofer links. Na ich nehme das so wie das ist. Würde ich sagen. Machen wir hier. Kommt das machen. Oder. Nee. Kommt hier hin. Ja. dann Couchtisch nehmen wir genau so wie das ist. Hier hin. Yucca nehmen wir auch. Einen hier hin. Und einen hier. Und Penzerblattpflanze. Den tun wir. Kann ich hier das nicht tun? Oder muss ich den bisschen drehen. Ne? Komm dann tun wir den. Hier hin. Ja dann werde ich hier fertig. So. Dann. Triff Entscheidungen. Lass uns die Lampen und den Spiegel über der Spüle entfernen. In ihrer Stelle können wir dann elegante Fliesen anbringen und einen Spiegel beim Kühlschrank befestigen. Dass wir den Raum optisch vergrößern. Oder? Der Spiegel passt dort gut und erscheint wie ein Fenster. Wir sollten nur ein paar mehr Lampen kaufen um den Raum aufzuhalten. Äh. Ich finde irgendwie die Idee von ihm irgendwie besser. Ja. So. Dekoratisier die Lampen. Und die Glühbirne. Ja. Packen wir eine da hin. Und eine hier hin. Und Halogenlampe. Lassenbar. So. Und so. Hier muss nix mehr. Hier nix. Hier muss nix. Hier muss nix. Hier Doppel wird Hermes verkaufen. Streich mit den Farben Silbereis. Silbereis. Ich glaube das wird reichen. Und dann hier. Ich würde sagen wir machen. Wir lassen die Decke genauso wie die ist. Jetzt wird hier wieder Falen. Ich habe Angst, wenn ich jetzt hier zu weit nach oben komme, wenn ich die Decke mitstreiche. Das will ich nicht, ich will die ja so lassen wie die ist, weil es irgendwie nice aussieht. So, da war wieder ein Ruckler und dann noch die beiden hier, nice. Und dann verkaufen wir das wieder. Gegenstand kaufen, doppelt malen. Ja, den hier war genau so wie der ist. Machen wir mal so. Wie weit kriegen wir den da hin? Also, Nasskommode Hermes. Machen wir da hin. So. Und stilisierte Lampe. Die packen wir draufs Nachtisch. So, alle Aufgaben wurden erfüllt. Nice. Dann haben wir das hier auch geschafft. Und würden das hier auch noch beenden. So, so sieht das jetzt aus. Die packen wir draufs. Dann haben wir das hier auch geschafft. Dann haben wir das hier auch geschafft. Und dann haben wir das hier auch geschafft. Was war das denn jetzt für ein Soundtrack. So, das Hing wird dazugekommen, hier vielleicht, oder hier, nö, so, ich habe voll Bock wieder eins zu machen. Komm, wir machen hier jetzt noch mal eins. Ich glaube, das können wir auch noch später machen, hier ist einer. So, lausige Bauunternehmen. Die Familie Walker vertraute den falschen Leuten für die Arbeiten an ihrem neuen Haus. Benjamin ist ein gutmütiger Mann und die Arbeiter nutzten das aus. Darum kümmerte seine Frau sich um alles. Als sie von einer Geschäftsreise zurückkam und den Zustand des Hauses erschrak sie. Die beiden brauchen dringend einen Profi, der den Job zu Ende bringt. Aber wisst ihr was? Das, wie es jetzt weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei werdet und ciao.